Ja, sehr verehrte Einwohner, auch wenn heute noch nicht allzu viele da sind, aber das ist ja in jedem Jahr so, dass zu Beginn unseres Parkfestes noch nicht so viele da sind. Trotzdem möchte ich Sie alle herzlich begrüßen. Ich wünsche uns einen wunderschönen Tag für die Kinder heute Nachmittag beim Kinderfest natürlich und für die Großen heute Abend beim Tanz. Bevor es losgeht, möchte ich mich ein bisschen bedanken. Und zwar stellvertretend für alle, die heute hier das Ganze organisiert und auf die Beine gestellt haben. Zum einen bei unserer Ortsvorsträgerin Silke Natter. Silke, komm mal bitte zu mir. Ja, ihr dürft ruhig klatschen. Also, Silke, vielen, vielen Dank. Einen kleinen Kalender, damit du dir auch fürs nächste Jahr diesen Termin ordnungsgemäß eintragen kannst. Ja, genau, wir hoffen das auch. Ja, als zweites bitte ich mal einen Kameraden der Feuerwehr zu mir für den Löschzug, damit auch die alle ihre Termine eintragen können. Auch einen kleinen Gemeindekalender. Vielen Dank auch an euch. Genau, für die Kameraden darf auch geklatscht werden. Und ganz zum Schluss, wo ist dann unser Gemeindearbeiter, Herr Wegner? Komm mal bitte zu mir, Burkhard. Auch du hast jedes Jahr mit unseren Veranstaltungen immer viel Arbeit und damit auch du dir deine Termine immer schön eintragen kannst. Auch für dich einen Kalender. Vielen, vielen Dank auch sonst für die geleistete Arbeit über das ganze Jahr. Ja, genau, da darf auch geklatscht werden. Herzlichen Dank. Ja, dann bin ich erstmal soweit damit durch. Fasse dich kurz, Kommunikationsregel Nummer 1. Das Parkfest ist eröffnet. Dankeschön. Vielen Dank.